die haben mich gefunden mich haben sie kunden ich habe oben auf dem fels gestanden habe runter geschossen die liegen links unten an der kante da wo es quasi runter geht da liegen die teilweise und haben nach oben gesnipet also sie haben mich auf jeden fall entdeckt ich sehe von denen überhaupt keinen ich sage ich sehe die ganze zeit mit der mensch zahlen denken wenn man sich mal auf den alle zu schießen ich verschwende keine katapulten können können sie können sehen wie viel wir davon noch haben wenn du hier angeschossen auf deiner position ja der beißt da gerade ist ein typ da hat irgendjemand bekommen ich sehe nächstes problem ich würde sagen wir hinter den teilen für den springen wir hätten die bäume weg machen müssen ja das macht ja ich kann die erfahrung unterschießen ich versuche es gerade kannst du den bronte vielleicht von oben rauf jagen meinten texas tage und dann springen nach der teilen drunter nein nur den bronte einfach was ich ein klippel stein nur den bronte dass er darunter springen und vielleicht den durch den landen sind ins wasser und dann ist er weg können wir nachher wenn da keine ahnung dann läuft der spiel wieder hoch das die bäume müssen hier weg eindeutig ich sehe nix da können die halte ich auch richtig ja da habt ihr schon recht so ich steig noch mal weil er hat wahrscheinlich seine fps auch wieder so hoch gestellt also seine grafik dann hat er weil der wieso zwischen mich echt ruckler drin und leute ich habe auch glaubt mir ich habe auch genug ruckler ich habe gerade wo steckst du ich bin gerade oben und ich stotte mich gerade noch mal aus ist da einer von euch gerade ja der steinbar steinbar die einfach gar nicht ich sehe den halt dadurch dass sie nur den kopf vom alu und da schieß ich nicht kann nicht mehr durchschießen ich bin gerade auch wieder ich bin auch gerade wieder quasi blind also ich brauche eure kommandos der eine rennt wieder zurück und am alu steht einer und gerade schick ich muss auch von sarko gehen da kommt leute ich muss ungefähr eine info sagen wenn die kurz davor sind quasi zwei meter bevor sie vor eurer position sind da brauche ich eine info spam bitte nicht zur not wenn sie auch verschießen läuft um die ecke wie weit sind die schon bleiben wir stehen am ende ich kann nichts machen mein präser wird angeschossen dann lauf nach oben lauf bitte weiter nach oben die mafiz alter die 40.000 schaden haben wir gemacht dann habt ihr das katapult oder die gettling getroffen wahrscheinlich ich habe mich umgedreht jetzt können sie den kopf nicht mehr treffen aber die ein stück hoch noch mehr ja noch ein stück den bleiben wenn überhaupt drücken zurückziehen nicht nach vorne laufen wir haben wir auf die rampe zurück die müssen weiter nach vorne ihr müsst bitte da weg das funktioniert sonst nicht positionieren uns beim nächsten kurven neu bei der teilung der rampe bleibt mal stehen bleibt mal stehen glaube ich sieht doch mit eurer kettling aus steht noch ja weil hier liegt noch die gärten hoch und die ist weg gedroppt haben wir gelaufen haben wieder getroffen die sind gleich auf diesen spot wo du runterspringen wolltest mein präser ist auf hellste leben ich habe den jetzt aber noch nicht alle oder wird ich springe nein das ist noch nicht weit genug das ist noch nicht weit genug ihr müsst höher lauf 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 ihr kriegt zu viel schaden leute ich habe auch noch einmal getroffen die treffen dreimal bevor ihr einmal trifft dass sie weiter nach vorne laufen lasst sie glauben sie würden gewinnen ja leute leute es geht los es geht los wir sind alles ja fack die snapper mich unter ich treffe die ganze zeit ich kann nichts machen ich treffe die ganze ich war die ganze 5000 der menschen ja aber ich muss hier mal ein jawohl einer ist da und einer ist da und einer ist da und jawohl einer was 1 das ist der beste ich steige jetzt einfach ab die werden runter springen die werden safe runter springen ja die springen die springen die springen der leute ich krieg hier ich krieg hier bogenschaden leute paracel mit cutters mit waldo du musst hier runter und rampe freimachen rampe freimachen der type muss nach oben einmal alle hoch genau da laufen wo ihr gestartet seid da ist ein spieler der springt ja ich komme hier gerade nicht um die ecke das ist das problem das ding ist nur wenn wir jetzt mit snapper kommen ist nehm ich krieg die ganze zeit noch bogenschütze aber das juckt mich gar nicht ganz so viel gehst du oder soll ich aufs platte geh lieber du ich kann laugen überhaupt nicht da kommt die raube und guck auf irgendwelche spieler leute einer auf den hauptbronto bitte einmal ganz weit zurücklaufen selbe position einnehmen wieder wie gerade bitte alle nach hinten einfach rückwärtsgang einfach nur rückwärtsgang damit ich rechts an dir vorbei kann von mir aus leute ich habe noch 22 schuss im katapult werden wollen ja der stand warte mal bleib mal stehen kannst du durchgarten ich bin kurz abgestiegen ich hoffe es okay paracel wieder in stellung teiten bitte wieder nach vorne bei also wir haben jetzt einen von den dauernd von dem kassel oder uns ist das der teiten der da jetzt schon oben ist dann jetzt mit paracel jagen event oder wartet 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 wie viel paracel von den der teiten ist runtergesprungen dann wartet dann wartet dann wartet können wir unsere paracel und unsere get links und kann nun wieder einigermaßen fixen hier unten rennt noch ein spieler um den dmitroton auf dem rücken ich bräuchte ich bräuchte jetzt am besten zwei wände und eine ceiling um den generator wieder einzubauen weil der ist komplett frei sozusagen hol dir hol dir die mit dem hauptbronto ich habe drei fps ich komm gleich wieder leute ich kann sie in den titan legen gut so ist gut gut na ähm ich komm mal ich komm mal wir haben fast kein leben mehr mit dem hier egal den obdruck noch die rüstung hin pacman bist du dran den titan zu beschissen nicht mehr ich bin gerade zu oben hast du viele schuss geschafft oder getroffen ich habe einige ja das würde ständig hinternehmen Michael doch wie sieht es bei einiges kaputt gemacht wie sieht es bei dem aus mit blutflecken Michael hat richtig gut getroffen äh ich schau mal ups ich hab gar mit selbst gesnipert ne alter ich hab kurz angst gekochen bitte was ja sorry nicht viel also er blutet nicht viel das ist nicht gut er haut aber auch so ab wie es aussieht ja äh äh lauer ist genug drin im titan so was ist jetzt passiert wir haben jetzt einen paras hier von den getötet oder wie ja und ordentlich hits auf die strukturen des titans da sind wir noch im titan drin ach da kannst du vielleicht noch ein bisschen metall und sowas geben ähm also wir haben den alu keine ahnung wir kommen mit dem paraka einmal ein stück wieder hin und runter weil da ist der ganze loot von den paraka ja wir haben auf jeden fall besser getradet pacman gehst du den titan weiter jagen einfach dann machst du das jetzt einfach solo ja genau dann schau mal auf den titan irgendwo die getten zum paraka das springt einem mit falscher das bin ich das bin ich das bin ich also ich wollte gerade drauf schießen pacman weißt du wo der ist ja die haben jetzt relativ viel ja du fliegst schon richtig da jetzt eine linkskurve pacman also unser titan hat 25.000 schaden abgekriegt delicious es passt unser neuer der alter hat gar keinen schaden glaube ich abgekriegt nein wir haben der amerikaner hier ich habe 500 schuss für das minigant wieder ich habe hier aufgesammelt wir brauchen vielleicht noch ja da wollen wir jetzt sind ja ich lauf gerade schon ich bin auch schon auf dem weg ja ich würde dann ins weg gehen äh der ist das normal ja hau rein ich habe schon eine Stunde überzogen Balbo läufst du mit äh Balbo was hast du vor ich hab ich mach nix der type war auf follow von dir der ist da runtergelaufen unser alter du Balbo bitte ich habe ihn weggepfiffen ich habe ihn weggepfiffen ich lauf mit ihm hoch ich lauf mit ihm hoch ja danke sorry ich habe mir gerade schon gedacht was tust du da hast du auf dem karaka nein ich sammle mal die munition ja was soll ich wollen oh geil Lunal oder Balbo setzt nimm mal den Paragall hier im beschlafen und lauf mal runter ein Stück zu den anderen da leute her leute die größe laufen der unterbrücke kommen die wieder oder was da liegt noch voll viel was wir gebrauchen können ja da bin ich ja erst dann mit unserem Paragall wir sind gerade dabei bei Beloten du die ganze Hause ciao so rein zx ciao dann bist du nochmal da schrei einfach drüber wir hören dich ich bin jetzt eigentlich zu Laurits Titan und die Paracer und das Minigun das verstört wurde ersetzen ja mach das nehmt die munition und ersetzen ein Stück vorne bessert aus wie viel leben haben denn unsere Paris ja noch der hier von Laurits kann ich nach dem Gewichtsviecher runterlaufen in sieben Minuten drop hier 500 Metall ok ganz kurz Pacman Ansage wo rennen die hin die stehen wieder auf der Brücke hoffe ich glaube es und versuchen die nochmal hier hoch zu kommen wie es aussieht ja ich brauche hier ne Decke laurits ja ich bin dabei ich kann nicht zu meinem Inventar ziehen der Paracard verdient keine Turtles mehr drauf ich habe gerade auch auf irgendwas drauf gestampft und habe dabei übel Schaden angerichtet ja Laurits ich tue jetzt Munition bei dir im Paracer ich hoffe du hast noch einen Gatling ja ich habe eins in der Tasche äh Happy lauf mal vor dass ich die Packs drin losge Journal hast du die Sachen gekauft aus dem Moment warte stop ich habe von wo ich aus aus dem Paracard ich habe gefühlt 0 FPS warte warte hier haben wir alle pass auf das sind Spieler ja ich komm da nicht an nein nein hier oben drauf so dass es kann ja ok kann der knicken ah hier ist noch einer den kriege ich wohl wenn der den nochmal erhöht dann es wird erstmal als nächstes Projekt was anderes wahrscheinlich geben und kein Titan Wars es wird vielleicht Titan Wars 3 geben aber erstmal nicht ne das denke ich nicht das weiß ich du bekommst 200 Damage HP ich weiß Arthur kannst du mal kurz stehen lassen nein du musst den erstmal wieder richtig rangieren nein aber ich habe Rissort ja 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 dann mach jetzt Happy kannst du ganz kurz anhalten ja du stehst sogar direkt aber noch nicht was mit ihm dass du vielleicht das Katapult sogar noch verlieren kannst nein fällt dir ne Flinte aber stell den Paracer ein bisschen weiter weg weil der hat echt nicht mehr viel Leben ja dann stell den erstmal zurück weil da oben hab ich dann gesehen da wo du nahe war und so der war ja lol 180 medical brew ey ja ja ich hab erstmal nur das Gatling Ding geholt dass das gesichert wird haben wir jetzt eigentlich noch Katapultmonie mehr ich hab elf Schuss mit elf Schuss ja dann müssen wir noch machen jetzt wäre tatsächlich da unten liegt doch noch 500 Metall wenn wir das haben dann können wir jede Menge schon nochmal E3 machen ne jede Menge ist das nicht das sind 10 Schuss oder so mehr ist das nicht ja 10 Schuss macht einiges wie viel habt ihr denn jetzt jeweils noch also in meinem Katapult waren noch elf Schuss als ich weggegangen bin elf so viel hast du geschossen ja ich hab aber auch so gut wie alles getroffen ja ich hab aber auch so gut wie alles getroffen ja ist ja gut schreib mich halt an wir haben nichts mehr in unseren Fortschüsse ne ja ich hab doch vorher noch mal gesagt hast du versuch noch ein paar Wände zu haben du fach ja das noch schnell zwei Leute farmen als die dann gekommen sind habe ich nur noch durchgehend die Spam woher denkste kommen die 50.000 damage ja also ich hab hier noch 19 Schuss gerade fertig ich bringe ich den mal eben Michael ich muss hier mal Stein farmen das könnte ich übernehmen sobald ich da bin du kannst du noch mal gucken da sind jede Menge Säcke in der Luft wenn du noch dranhucken und nachgucken was da drin ist es dürfte alles tut ja ist es auch ich kann es kannst mal schauen ob du das geschützt schon beladen kannst du willst du es nicht rippen oh die snap mir auf mich dann bin ich hier zurück safe ich lege in den 29er Racer auch noch mal advanced money rein komm nur nicht gerade nach oben Alter ne das wird keine schöne Aufnahme mit den Legs ey ja null das wird aber bei jedem wirklich keine schöne Aufnahme Alter Leute ich komm aus dem Titan nicht raus weil der ständig in den Boden backt ich muss jetzt oben irgendwo raus ja Alter hey ich zeig mal lass mir meine zwei Pässen da LOL der Katapult hat einfach noch voll live bei uns ja was mich haben sie nur mit einem Lucky Shot Lucky Shot getroffen wir haben Glück gehabt dass sie unser Generator nicht zerstört haben hast du ja gesehen der war kaputt final bist du gestorben oder nein einer der ersten Schüsse hat das Kettling auf dem ich gelegt drauf war zerstört ok und warum war ein Katapult auf einmal nicht mehr bemannt es war kein Katapult keine Ahnung irgendjemand hat auf einmal gesagt ein Katapult ist nicht mehr bemannt jetzt das war äh das war äh wie heißt er hinter mir war ähm ZX auf dem Katapult gesessen und ich dachte ja er wird schon passen ich wollte irgendwas hat Schaden gekriegt ja hier ich seh ein komm mal zu mir komm mal zu mir ich brauche einen der mit mir gleichzeitig snip wo bist du oben beim Titan beim alten äh beim 9 komm mal schnell hoch komm mal schnell hoch komm mal schnell hoch alter hab ich kurz 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 FPS wieder bei 60 und jetzt geht sie da so 30 Schuss hat das Katapult wieder Michael okay Michael wo bist du zur Not zieht euch die vom Titan Dach ab unser Titan bekommt er die ganze Zeit damit da komm mit Michael hier komm mit ich komm mit unser unser Michael ich bin auch bei dir Leute von irgendwo schießen die hier unten am Berg da unten liegt er drinnen siehst du den ja schieß mal rauf ich glaub die noch in eurem Gatling drin bist du das gerade alter fuck nein aber da liegt noch jeder mein Geheißer muss nur befüllt werden von wo kamen die Komposit Bogenschütze von hier unten gut haben ihn aber verscheucht glaub ich ja der reagiert den ganzen Welt war der mein Saver oder so Pac-Man nehmen wir zu Fuß jo Stand der Dinge der steht bei der Brücke der Titan von dem ok können wir von oben da drauf schießen hättest du drauf nein können wir nicht ich versuch's ich muss mich immer wieder bewegen die FPS lass jetzt die FPS an für die Zuschauer Gato wir können um drauf schießen von hier oben das killt grad hart hier wenn du vom neuen Titan links zu den Eisenärzten kommst siehst du den Titan ja du siehst ihn aber und vorne ist der Hals offen ja aber den musst du trotzdem erstmal treffen da ist ja wir haben ja vorhin auch ganz dann war's so wir haben äh kümmerst du dich eben um Metall Balbo ja ja ich hab ja wir können noch nicht mal mehr neue Komposit Bogenschütze gleich machen also wir sind komplett ausgebrannt was Metall gerade haben Gato hier der ankylös lol neben uns ist Lutz neben uns ist Lutz alter fuck lol wie ist denn der hier hingekommen bin nur ich gestorben oder andere auch nur du ich hab äh nur noch Half-Life Gato ist der der ist weggesprungen die springen hier hoch wir brauchen hier jemanden der das sieht und wir müssen jetzt Metall nachlegen Alter ich hab den Wrapping Nookhook nicht gehört hey holy shit wo springen die hoch? zu uns überall links alter ja stell mal nen Parakai hoch ja irgendwas mit Turrets ich zieh deine Leiche hoch das Ding ist das war auf Close Distance das war auf viel zu nahe Distance wir dürfen da also es bringt auch nichts da großartig runter zu schießen haltet euch unter den Turrets auf stell einen Parakai hoch also hier ist die Leiche ähm eventuell irgendwer die looten Alter die hat doch 15 Minuten die kann doch selber looten so wie es jetzt heißt du hast noch ein, zwei Wände hast du noch ein, zwei Wände hast du noch ein, zwei Wände guck in den Paracer Michael äh Michael gibt games kommen aus übrigens mhm die Schuhe ist Michael häufig gestorben hey hey packman kannst du aktuell treffen ja ich beschieße ihn schon ok wie viel Schuss hast du noch? 120 wo ist eigentlich mein Fernglas? alter ey der hat mir auch die halbe Rüstung zerfetzt ich hab nie auch der hat einfach auch voll auf mich Balbo du kümmerst dich drum Metall eben Farm oder wie gesagt die sagen Kilo jetzt voll Donal ja dann kannst du den dann pack den doch mal unter den Titan bitte ja und ich was los kann der kann sich nicht bewegen ja dann schmeiß was raus äh Donal kannst du gleich das Metall einladen ja erster aber von wo? zweiten Titan zweiter Titan was ist zweiter der neue oder der alte? äh erster Titan meine ich ja der alte erstmal die Rüstung reparieren ne ich tue mal das und den Trike ist umlassen ich komme nicht an den Rand weil der Eingang nicht weil der ist dann zehn Minuten Teilzeit nichts abreißen weil wir vorhin hatten wir den Bug ja ich hab's gesehen die eine Seite ja ich hoffe für die dass die jetzt in den acht Minuten nicht angeleiten hör ich es sonst nur mit alle ich hab's noch mal wenn du gewichtfrei hast kannst du zu ich hab ihn in dem Moment gesehen wie gesagt das ist das Problem an der Höhe die können hier überall rumkriechen wo bist du? deswegen ist ja wichtig dass Pacman Druck macht Pacman gibt den quasi ein Zeitfenster wenn Pacman da jetzt fünf Stunden lang sitzt dann ist der Titan irgendwann tot wenn er genug zeug hat wenn er nicht regeneriert der Titan bewegt sich auf die Brücke zu altert das nicht dein Ernst oder jetzt die sollen bitte noch sieben Minuten warten Lauf doch sie kommen rüber weiter zum Eingang komm wieder her kommt man hier überhaupt rein hier rechts wollten wir uns jetzt eigentlich wieder da hinstellen oder ja den einen Parakel lassen wir hier oben ruhig wieder etwas weiter nach oben ich glaube aber nicht dass die ein zweites mal auf den Trick reinfallen sie kommt los die wollen jetzt wahrscheinlich eventuell drehen die die Taktik jetzt um Leute eventuell locken die mich jetzt da runter mit dem Titan nein machen wir aber nicht nein ja ich würde jetzt auch noch nicht mehr runter also wirklich nur im allerhöchsten Notfall würde ich das als wir herunterspringen weil das ist der Titan kommt hoch Alter soll warten du schießt weiter ne ja dann kommt hier zu mir auf dem einen anderen Park ja ja welches ich brauch dann noch einen Schützen auf dem der vorne steht gut ich komm Jo weil ist noch was frei bei dir Laura ja ja bitte YOLO YOLO jetzt kommt Leute sie schreiben alle im Chat YOLO ist der nicht so fucking ernst oder was denn ich bin tot noch 6 Minuten ich sehe nichts davon ja komm Leute dann ist bei uns dann ist bei uns ähnlich YOLO also dann wird jetzt auch alles eingesetzt was wir noch besitzen einfach drauf unser Titan wird als letztes verwendet wir brauchen nachher auch 4 Schützen oben auf unserem Titan drauf denkt daran haben diese Katapulte auch genug Schuss ja 50 jedes Laura du musst dich verstellen ja ich muss mich ja eben kurz ich muss sagen Leute es geht los ich werde jetzt auf den Leute ich springe jetzt auf den Titan gleich runter die liegt lag unter dem neuen Titan so jetzt gehts los Leute was mit dem zweiten Titan wollen wir den stellen noch nicht noch nicht feuer frei bist du schon wieder da bist du schon wieder da Michael nein so die nehmen jetzt den neuen Titan auseinander Leute ja das hier ne ist nicht gut ich will das sehen nein also Leute jetzt den Titan beschießen ich hab den Titan jetzt abgedrückt ja ja ich hab keine FPS gar nicht egal ich versuche ja ich versuche ja aber der Titan schubst mich die Klippe runter ne bleiben Lorin pack auf mich ich kann noch ein 2 Schüsse rein ich kann noch ein 2 Schüsse rein ich schieß alle so bleibt so stehen jetzt ich mach dir einfach die Gettlinge der ja auch genau Alter man Leute ich bin gleich die Klippe unten ne ich falle ich falle gleich immer weiter nice zieh dir daun yes Parakas down gut umsteigen auf den Haupt-Titon auf den Haupt-Titon oben auf die Geschütze der Reiter kommt als letztes dazu Alter die zu weg haben wir alle komm nicht mal nach oben glaubst ach der kommt auch wo nicht so wenig Schatz Alter ich schaff das genau nein weiterer Schüsse über die Katapulte ich häng richtig dumm in deren Schwanz fest hier hinten aber von da während der Zwischenfüche mit Kompon-Titon Alter ich komm nicht auf dem Haupt-Titon Alter ich komm nicht auf dem Haupt-Titon mein Titan ist gleich down ich geh jetzt aufs Katapult vom Haupt-Titon ja ich komm da nicht hoch ich komm da ja näher nicht woran hinten rechts ist ne Tür ja da komm ich nicht rauf wieso nicht oh ich glaub ich hab schon da ja Titan down ne danke achso ich bin drinnen achso Gato das macht mir fast schon Angst Alter wir haben hier auch Titan komm Titan komm Titan komm Titan komm ich muss da rauf wie komm ich denn hier am schnellsten hoch aufsteigen der Reihe nach da 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 ja gleich down deren Titan oder was nein mich ich unser Teil ist so scheiße du kommst nicht an die Leitern ich will vorher nicht weiter mit Kompon-Schüssen Leute wichtig ist wir haben jetzt den Vorteil der ist gedamaged der ist ein Katapult wir kommen nicht hoch man ihr macht das Leute ich bin drauf ich seh die 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 jetzt nicht aufgeben Happy versuch irgendwie da hoch zu kommen bewegt den Titan dann nach hinten du kommst nicht auf die Leitern warum kommst du nicht auf die Leitern du musst springen weil alles backt ich bin jetzt übrigens ganz unten ich bin runter gesegelt wer unser Titan muss sich bewegt wenn die schießen voll auf den Kopf der blutet schon Leute warum reitet den keiner weil ich am Katapult sitze ja wo soll ich kommen Happy dann reite ihn wenn du nicht hochkommst Reiten nein nein Links Linkskurve laufende Linkskurve Laufende Linkskurve da runter oder was nein links hoch den Kopf wegdrehen ich kann nur links Breitseite geben Kopf wegdrehen du musst die Rüstung nach vorne gehen die dürfen nicht mehr direkte Treffer landen oh ich bin reingepackt ich konnte auch nichts mehr tun aber du kannst doch direkt respawn rein theoretisch nein kann ich nicht so Bronte und alles drauf unser Titan hat mich zertrampelt wer macht dir eigentlich keinen Schafen unser Titan kann das jetzt nicht ich hab aber einen Respawn Timer weil die haben ja einen Titan angepinselt ey in zwei Minuten bin ich da juhu unser Titan hat noch 100.000 Leben was machen die laufen die rückwärts wir stehen neben ja die laufen aber der Titan ist von denen ist gar nicht mehr alter auf einmal steht ein Parasale direkt vor meiner Fresse ja du siehst deren Damage nicht aber ich glaub sie werden wir bekommen mehr Damage als Spiel okay mann ihr müsst schießen mit den Katerpulten alter mann ich komm nicht drauf dann lautet euch drauf jawoll schieß weiter schieß weiter schieß voll wenn ihr Schaub kommt killt euch selbst und geht hoch laden es dauern laden es dauern einer bitte zu bergen würde ich stehe in der Falle fest wo oben oder unten oben bei uns genau in der Ecke da steht ein Typ direkt vor dir ich kann da grad nichts machen er schießt mit dem Sturmgewehr auf mich es leckt einfach zu krass ja hier ist grad ein Wolf durchgeballert und die können sich nicht wehren und die treffen mich nicht Leute trefft ihr weiterhin den Titan aktuell mit Katapulten nein niemand ist mir auf dem Katapult ja ich komm nicht bis oben warum nicht das mit den Leitern ist halt echt nicht so geil das hab ich wie gesagt das ist halt kacke die schießen halt wir müssen jetzt weitermachen wir bekommen Damage ich bin tot ich spawn in 15 Sekunden wieder ich muss anscheinmal mal Zeit kommen ich komm nicht mal an bei uns Alter ich das liegt ganz ins Quellen das liegt komplett ohne Leute dann lauft mit dem Titan ein Stückchen weiter weg und versucht nochmal wieder drauf zu kommen Versuch nach oben zu laufen Versuch einfach weg zu gehen weil Free Damage kassieren bringt jetzt nichts Versuch nach oben zu laufen dann haben wir unten noch zwei mach ich doch aber ich kann mich nicht die ganze Zeit bewegen Alter ich kann nichts tun das ist zu lenkt auf dem Icon ja dann lasst da jemand anders drauf ja also ich schaff es nicht mehr in die Base ich schaff es nicht mehr in die Base gerade ich steh unten an der Rampe und ich stecke der Wertfalle fest ja ich komm leider nicht dran weil hier rennen überall Leute rum ich hab keinen Bock für Fingler ich spawne ich spawne jetzt bin ich bei dir 5 Sekunden bin ich da für 9 Minuten ne ich bin noch nicht dran kann der Parallel äh 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 dass ich das spawne kann oder ich spawne nicht spawne also die Bären fallen haben übrigens uns nichts gebracht ne nur so nur selbst den aber das muss doch jetzt sein der muss doch jetzt irgendwann mal down gehen hier ja die haben uns nach hinten mit dem Paraser abgeschirmt oh ok den hab ich nicht gesehen genau die meinte ich auch so wer lebt der jetzt nochmal? Michael? ich ich muss mein Zeug noch finden ey da ist Balbo und da ist Gato ich lebe noch ich kann nichts machen ich kann nichts machen ja also noch 2 Versuch gerade irgendwie wieder hochzuwählen und gerade Wolken zu kommen ja und Hemm ja ich sind auf dem Titan ja er hat mich getroffen wir müssen irgendjemand auf die Katapulte ich bin richtig heftig angehittet stell die ähm mit der Seite zu den anderen Teilen und versuch einfach auch hochzukommen wir bekommen wieder Damage ja übelste Sorte Leute alter wenn wir jetzt wegen einem Konstruktionsfehler verkacken ne wir müssen ja wir verkacken ich muss vom Katapult abstellen ich muss das wechseln was musst du? Katapulte wechseln ja 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 ich kann doch auch nicht mehr so viel haben dies so bloß nicht mal schließen wir können aber ich treffe sie nicht weil sie zu nah sind ich höre wenn ich höre schieße fliege weiter unser Titan ist gleich da ja ich treffe sie die ganze Zeit ja warte wir haben noch 238.000 Leben noch was um den halben Rand geht macht nicht viel ich schaffs auch nicht mehr nach oben ich hab auch keine Grappling Hooks mehr nichts Gato wo bist du? nur noch weit unten oder? ja abgaben schluss mal wechseln das Katapulte jetzt warte ich trampel jetzt einfach drauf mach scheißegal YOLO ich hab mein Zeug wieder tüßt mich aus dann bin ich auch voll dabei er klingt nicht mehr neid ja äh alter hey du nicht verstehe du bist der letzte mensch der mich flamen bleibt ui jetzt hier versuch nochmal alles zu treffen er kann auch nicht mehr zu haben ich schieße mich mal ich kann nicht mehr zu machen ich schieße mich mal vom Kompon-Port drauf ich versuche noch ein bisschen was zu machen Michael ja du kannst noch meine Ausrüstung auf der auf der Raffin auf der Raffin ja unser Titan ist jetzt down bleib mit dem Titan zurück wir müssen nicht mehr schießen ich geht sie durch es geht nicht schnell pfff dies holt zu lang er schreit nein der Titan kommt wieder nach oben ja wir sind down ja ahhh ahhh ich schieße weiter auf die drauf einfach zu fahren genau wie viel HP haben die noch das würde ich jetzt echt gerne wissen die haben noch genug nein die haben nicht mehr viel die haben nicht mehr viel die haben das liest du nur nicht durch den durch den durch die Farbe frisst oh ja TS wäre geil ja war der letzte ja hh wie peanut auch noch fragt gg kann man gleich noch mal um den Test reden Das fände ich cool, mit denen im Test noch mal zu quatschen. Das wäre echt geil, noch mal zu reden. Du musst ein bisschen flameen, weil er bin angepisst wie normal. Wer bist du? Stirb halt nicht. Entschuldige. Ist der Down oder was? Danke. Hidali hat dich getötet. Hidali. Die Liebe. Aber die sind, glaube ich, nicht dann auf ihren Testern. Alter, mit den Frames. Ich habe aber auch keine Ahnung, was mich getötet hat. Ich glaube, unser Titan hat mich tot getrampelt. Nein, unser Titan kann dich nicht tot trampeln. Dann hättest du auch kein Besten-Timer. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was mich getötet hat. Aber ich würde mal sagen, er muss Backer geschlagen. Ja. Ganz ehrlich. Ich fand das ein schöner Kampf. Auch wenn wir von einem Zweiter sind, ist es trotzdem... Ja. Ich würde es trotzdem gerne mit dem Rehlen mal... Ich würde mal echt gerne wissen, was die jetzt für den HP noch hatten und so was. Hat er überhaupt geblutet? Ich glaube, er hat weniger von denen. Doch. Doch, der muss geblutet haben. Der ist pink, Alter. Der ist pink angemalt. Der blutet aber schon. Also vorhin, als die Dings des Pink bei mir noch nicht geladen hat, hat er geblutet. Und ihr seid jetzt wegen der Lenk nicht mehr auf euren Titan gefahren. 60.000. So, Kirali. Tschüss mit dir. Wir hatten die doch noch mehr als hier. Ja klar, hatten die mehr als wir. Wir wussten, dass die mehr als wir hatten. Deswegen haben wir unseren Spot versucht zu benutzen. Das Ding ist einfach super bebaut gewesen. Ja. Ja, das mit den Turrets. Wären wir alle auf die Katapulte noch draufgekommen, hätten wir es geschafft. Aber das mit den Leitern hat uns halt den Hals gebrochen. Wir hätten Rampen haben müssen, um komplett nach oben zu kommen. Oder wir hätten frühzeitig nach oben gehen müssen. Jetzt einfach ein paar Mal uns da drüben sind, aber klar, dass ich unseren Titan-Kill nicht drauf habe. Ja, ich sehe, das ist das Einzige, was ich drauf habe. Sonst habe ich vom FighterZ zu sehen. Bin einfach im Toll-Screen, da kann der Mann halt... Toll-Screen kann ich auch in den Mauten schnappen, habe ich gekillt. Ich hatte halt einfach nur zwei FPS gefühlt. Ich habe keinen Bock mehr, den Kern getiltet. Also, bei mir wurde echt ein bis drei FPS angestellt. Lutz down. Gato, rasiert. Jetzt hat er wieder FPS, wa? Ja, so langsam geht's wieder. Kein Trinken, kein Essen gleich mehr. Wenn du meine Leiche findest, Trink, Gato. Keine Leiche finde. Alter, weißt du, was hier oben für ein Schlachtfeld ist? Hier ist einfach alles nur noch tot und elend. Ah, da ist noch ein Spieler. Weil, wie er mich facen möchte. Hat er mit der Rakete auf die geschossen? Ich glaube, ich habe eine Rakete gehört. Und wer? Also reden wollen sie jetzt anscheinend auch nicht. Alter, ey. Also eigentlich müssen wir trotzdem jetzt ein weites Platz kriegen. Oh, oh. Allein für den Kampf. Das hat der Auni gemacht. Also bitte, wir brauchen halt ein bisschen Losglück jetzt. Was soll ich machen? Was soll man machen? Wenn man halt nicht gewinnt, dann gewinnt man halt nicht. Nein, ich bin down. Wir haben es versucht. Oh, oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020